Früher habe ich es auch nicht lange gemacht, da habe ich es nicht gescheit gearbeitet, weil ich es gleich bei Handschuhen tun. Für die Künstler habe ich es nicht recht viel übergehört. Also ich war ja ein starkes Künstler. 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 Ich bin doch ein starkes Künstler. Ich bin doch die Tiefe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020